Wer schaltet bei mir zu Hause die Stromverbraucher an und aus? Der Paragraf 14a Energiewirtschaftsgesetz und hier ist der Verband Energieerzeugende Gebäude. Bei dem Begriff Paragraf 14a ENWG Energiewirtschaftsgesetz haben meine beiden Studiogäste Tim Sukumil von Max Solar und Peter Burkhardt von Sonnenplan und Vorstandsmitglied beim VEG überhaupt nicht gezuckt. Dabei müssten wir eigentlich, ich meine es ist ja eigentlich furchtbar, das hört sich ja so ein bisschen an wie Generalsekretär des ZK, der SED und so weiter. Tim, das zeigt eigentlich, die Energiewende ist so komplex, dass wir in eine solche tiefe Gesetzeskonglomeration rein müssen, ist eigentlich verrückt. Ja, also wir haben ja irgendwie 15.000 Normen oder sowas und Gesetze, mit denen wir uns beschäftigen müssen und das gehört für uns einfach dazu. Und der Paragraf 14a ist momentan in aller Munde, weil es neu ist, weil es neu überarbeitet worden ist. Aber wir neigen ja dazu, immer erstmal alles schlecht zu sehen und da will mir irgendjemand was Böses. Wir glauben sogar eher, das mal die positive Seite des Paragrafes zu sehen. Wenn man sich das mal genauer anschaut, dann ist das eigentlich auch so. Wir sehen hier auf der Folie, die haben wir uns von der Firma Hager entliehen, worum es geht. Es geht um die Neuregelung zu steuerbaren Verbrauchseinrichtungen. Peter, es geht aus Gerüchtungen, dass man in der DDR zum Weihnachtsengel Jahresendfigur gesagt hat. Aber bei dem Begriff steuerbare Verbrauchseinrichtungen sind wir von der Jahresendfigur auch nicht mehr weit entfernt. Ja, ach, das Endfigur. Ich meine, steuerbare Verbrauchseinrichtungen, das hört sich kompliziert an. Im Endeffekt geht es ja darum, dass man neue Verbraucher hat in den Häusern. Eine Wallbox fürs E-Auto oder eine Wärmepumpe. Und die Sache ist die, wir brauchen ja ein flexibles Stromnetz. Und so ein Auto muss zu Hause nicht immer mit 11 kW geladen werden. Und von daher gibt es, sage ich mal, hier Synergieeffekte. Und von daher war es auch gut, dass dieser Paragraf 14a einfach neu gemacht worden ist. Ja, worum es geht, ist folgendes. Wir haben immer mehr Energieerzeuger und Verbraucher am Netz dran. Wir haben verschiedene Lasten. Mal wird viel benötigt, mal wird viel reingestellt. Wir haben die Elektromobilität. Peter hat es gerade angesprochen. Wir haben es mit Wärmepumpen zu tun. Und Tim, genau darum geht es. Es geht nicht um alle Geräte zu Hause, sondern um ganz bestimmte. Nein, es geht um ganz bestimmte Geräte, gerade um Großverbraucher und auch Geräte, die die Möglichkeit überhaupt bieten, steuerbare Lasten zu sein. Das kann ich mit einem Durchlauferhitzer nicht machen. Da brauche ich das warme Wasser genau zu der Zeit. Und die Wärmepumpe bietet ja die Möglichkeit, über einen Pufferspeicher auch gewisse Zeiten zu überbrücken zum Beispiel. Ein E-Auto, wie Peter gerade sagte, muss nicht dauerhaft mit 11 kW geladen werden, weil es ja die meiste Zeit rumsteht, das Auto. Und der Batteriespeicher ist auch ein Thema der steuerbaren Last, auch wenn es eine Speichereinheit ist. Aber es ist unter dem Gesichtspunkt des Paragraph 14a eine Verbrauchseinrichtung. Ja, hier auf der Folie kann man genau und sehr schön sehen, was es eigentlich ist. Was sind steuerbare Verbrauchseinrichtungen? Also nicht öffentlich zugängliche Ladepunkte für Elektromobile, also die Wallbox zu Hause. Wärmepumpenheizungen unter Einbeziehung etwaiger Zusatzheizverrichtung, also Elektroheizstab ist ja auch sehr beliebt. Klimaanlagen und Stromspeicher. Ganz kurze Frage, Peter, ist das der normale Stromspeicher gemeint, den ich zu Hause habe? Ja, wobei hinten ja noch steht, hinsichtlich Strombezugsrichtung. Das heißt nur für den Fall, wo der Stromspeicher Strom aus dem Netz bezieht. Das ist ja eigentlich was ganz Neues. Ich meine, die üblichen Stromspeicher dienen ja momentan nur dazu, Strom aus der Photovoltaikanlage zu speichern und dann ins Haus den Strom abzugeben. Die ganze Zeit gibt es ja das Thema nicht, dass ein Stromspeicher aus dem Netz Strom bezieht. Was sich aber jetzt gerade ändert, weil es ja diese variablen Stromtarife gibt. Und da kann es durchaus passieren, dass im Winter mal nicht so die Sonne scheint und ich einen leeren Speicher habe. Und nachts um vier ist dann irgendwie ein tiefer Strompreis, keine Ahnung, 15 Cent günstiger wie normal. Und dann gibt es ja die Möglichkeit, dass der Speicher das merkt und dann nachts außennetz den Speicher belädt. Ja, und damit das nicht übertrieben wird, hat man halt hier mit dem 14a sich Regelungen überlegt, wenn jetzt ein Netzbetreiber sein Netz noch nicht so auf Vordermann gebracht wird. Was man dann in einem Zeitraum von zwei Jahren macht, damit der Netzbetreiber Zeit hat, sein Netz auszubauen. Genau, so und jetzt geht es ganz konkret davon, wer ist betroffen, nämlich nicht alle. Das können wir hier sehen, da gibt es nämlich eine Leistungsgrenze. Hier steht, Verbraucher sind steuerungspflichtig, wenn der maximale Leistungsbezug einer Geräteart größer 4,2 kW ist, der Anschluss am Niederspannungsnetz erfolgt und die Inbetriebnahme nach dem 01.01.2024 erfolgt ist. Das heißt, meine Waschmaschine zu Hause ist davon nicht betroffen? Nein, das ist sie definitiv nicht. Also die braucht keine 4,2 kW in der Spitze. Das heißt, die ist da raus. Es sind wirklich die Geräte, über die wir eben gesprochen haben. So, und das Interessante ist, es geht um Geräte, die in Betrieb genommen werden, also Stromspeicher, Wallboxen, Wärmepumpen ab dem 1. Januar 2024. Danach, davor ist es freiwillig. Genau, also es gibt ja sogar die Möglichkeit für jemanden, der letztes Jahr gebaut hat und sich da sogar benachteiligt fühlt davon, dass er jetzt nicht dazu zählt. Dann hat er die Wahlmöglichkeit, freiwillig trotzdem mit da reinzugehen und auch die entsprechenden Entgelte zu bekommen, die mir dann ja zustehen, wenn ich bei dem ganzen Spiel mitmache. Ja, also dass man sich steuern lassen muss oder kann, ist interessanterweise diesmal nicht eine Pflicht, sondern es gibt auch so einen kleinen Nugget dabei. Ja, also wie gesagt, ich bekomme ein Entgelt, das ist je nach Bundesland und Netzgebiet ein Stück weit anders, bekomme ich eine Pauschale für, wie heißt es richtig, entgangene Netzentgelte. Und die bekomme ich dann gut geschrieben, da habe ich zwei Möglichkeiten, einmal eine Pauschale über das Jahr oder halt nur dann für den Fall in der Zeit, wo ich geregelt werde. Und ich würde mal fast pauschal sagen, im Allenfamilienhaus bewegen wir uns da immer in der pauschalen Regelung. Das heißt, ich bekomme einen Einmalbetrag und wenn ich den mitnehme, ist das eine schöne Geschichte. Also ich vereinfache das mal, der Netzbetreiber darf im Grunde genommen meine Wärmepumpe ein- und ausschalten, meine Wallbox ein- und ausschalten, also alle Verbraucher über 4,2 Kilowattstunden, auch den Stromspeicher im Bezug dann, aber nicht den ganzen Tag. Nein, erst nicht den ganzen Tag und er kann sie auch nicht ein- und ausschalten, sondern er kann sie auf 4,2 kW drosseln. Das ist ja wichtig zu wissen, er macht nicht wirklich hart an und aus, er sagt nicht, mein E-Auto lädt jetzt nicht mehr oder meine Wärmepumpe lädt nicht mehr, sondern die Wärmepumpe darf bis 4,2 kW trotz alledem weiterarbeiten. Du brauchst mich gar nicht so anstrahlen, weil ich was falsch gesagt habe. Diese schäbige Freude, das korrigieren zu können, geht diese 4,2 kW pro Gerät oder für den gesamten Haushalt? Auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Der einfachste Weg ist natürlich, dass über das IMSIS, also diese intelligente Messeinrichtung, sprich den Smart Meter zu machen und dann sich meinen gesamten Hausanschluss darüber regle und dann ist es, ich sage mal so 4,2 kW am Hausanschluss. Also gilt für mehrere Geräte zusammen, dass es nicht mehr als 4,2 kW ist. Ich kann aber auch jeden einzeln, dann benötige ich aber auch einen einzelnen Zähler für das Gerät. Ja und jetzt meine Damen und Herren, hat Tim gerade wieder das Gerät genannt, da zucke ich zusammen, Smart Meter, Smart Meter Gateway ausrollen, da reden wir seit über 10 Jahren darüber. Jetzt ist der Zeitpunkt Smart Meter Gateway, Smart Meter ist intelligente Stromzähler. Wie erfolgt denn die Messung, Peter? Das ist unabhängig von der Messung. Also im einfachsten Fall hat man einen ganz normalen Stromzähler vorne am Hausanschlusspunkt, wie jetzt auch. Und dann kann man, was jetzt hier auch neu ist, ein Vorteil ist, kann man jetzt auch PV und eine Wärmepumpe hinter diesen einen Zähler machen und kriegt dann diese roundabout 150 Euro im Jahr pauschal auch für den Fall des einen Zählers. Und das war ja früher nur möglich, also Stichwort Wärmepumpentarif, war früher nur möglich, wenn ich einen zweiten Zähler hatte. Und das ist hier vereinfacht worden. Das heißt, es gibt jetzt nicht unbedingt zwanghaft eine Einzelmessung für diese steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, sondern es gibt einfach ein Signal, wenn jetzt zu viel Strom gebraucht wird. Und das Signal kann dann diese Wallbox oder Wärmepumpe verstehen und steuert sich dann selbst so, dass ich maximal 4,2 kW aus dem Netz beziehe. Ja, es gibt zwei Steuerungsvarianten, die sind hier auch nochmal beschrieben. Direktsteuerung und die Einbindung des Energiemanagementsystems. Wie funktionieren die beiden Varianten? Also fangen wir mit dem Energiemanagementsystem an. Das ist das, was die, was die meistens die Batteriespeicherhersteller mitbringen, beziehungsweise mit einer entsprechenden Schnittstelle relativ einfach abbilden können. Das heißt, die bekommen ein Signal und geben die Signale dann an die entsprechenden Einrichtungen weiter. Das heißt, ich habe eine Wärmepumpe, die bekommen über Modbus, über Kanbus, über EE-Bus in vieler Munde, je nachdem, was der Netzbetreiber auch ausrollt. Da ist jeder ein bisschen frei in der Entscheidung und noch nicht klar. Können die Geräte dann damit umgehen und dann entsprechend runterfahren? Ein Beispiel, Wärmepumpe lässt den Heizstab weg, weil sie im Normalbetrieb braucht sie die 4 kW nie, aber mit dem Heizstab würde sie drüber kommen, dann würde sie den Heizstab wegschalten oder sie würde modulieren. Bei der Direktsteuerung würde das anders laufen. Das heißt, wir würden hier relativ einfach über eine Relaissteuerung möglicherweise mit einem harten Ein-Ausschalten eine, ich würde mal sagen, dumme Warbox zum Beispiel, die keine intelligente Steuerung hat, kein Energiemanagementsystem, relativ einfach wegschalten. Einfach über einen Schütz, das wäre dann dieses harte An- und Aus. Aber die meisten bringen das eigentlich von Haus aus mit. Muss ich irgendwas zu Hause nachrüsten für diese Systeme? Also wenn ich aus der alten Welt komme, vor dem 01.01.2024 und ich möchte mitmachen, ja, dann muss ich was nachrüsten. Das muss man dann mit dem entsprechenden EVU abstimmen, was die fordern. Da ist jeder ein bisschen anders unterwegs. Und für alle Neuen, die wir jetzt einbauen, egal ob es eine Wärmepumpe, ob es ein Batteriespeicher, ob es eine Warbox ist, gehört es einfach mit beraten und mit entsprechend vorbereitet. Wir haben gerade vom Smart Meter gesprochen. Also das heißt, es gibt keine Smart Meter Pflicht automatisch. Das sind zwei Paar Schuhe. Ich meine, Smart Meter, die kommen jetzt so nacheinander und hat aber Smart Meter jetzt direkt mit dem 14a nicht unbedingt was zu tun. So, jetzt kommen wir mal zu den Pflichten und Möglichkeiten. Da gibt es zwei Sachen. Also die erste Rubrik hier auf der Folie, das sind ja sozusagen die, die das freiwillig noch machen. Das heißt, man muss dem Ganzen zustimmen. Und in dem Fall hat der Betreiber tatsächlich die Aufgabe, wenn ich das freiwillig mache, mich sozusagen technisch dazu in die Lage zu versetzen. Exakt so ist es. Aber da ist, wie gesagt, die Übergangsfrist von dem einen Jahr für die Energieversorge jetzt noch, sagen wir mal, wichtig für die. Weil für uns ist es relativ einfach, ob wir jetzt, wie gesagt, über E-E-Bus oder über welche Schnittstellen auch immer das zur Verfügung stellen. Wir legen ein Kabel bis zum Zählerschrank und wie es dann weitergeht. Und da sind jetzt die EVUs am Zug, uns zu sagen, wie hätten sie es denn gern, um einfach das Signal bereitzustellen, damit wir es verarbeiten können. Wir meine ich jetzt mal in Form von wir Wärmepumpe, wir Batteriespeicher, wir Loverbox. Da sprechen wir gleich noch über die Realisierung der ganzen Geschichte. Da klingt es schon an, dass das alles gar nicht so unkompliziert ist. Zweiter Punkt hier auf der Folie bei der Teilnahmeverpflichtung. Da sieht es ein bisschen anders aus. Wie gesagt, ab dem 01.01.2024, wenn ich es in Betrieb nehme, dann gibt es eine Teilnahmeverpflichtung und, wie wir hier lesen können, eine Pflicht zur Sicherstellung der Anbindung an das intelligente Messsystems über die Steuereinrichtung des Messstellenbetreibers. Das heißt, Peter, ich muss dafür sorgen, dass das tatsächlich erkannt und gesteuert werden kann. Genau. Ich meine, wie der Tim ja schon gesagt hat, es gibt momentan eine Übergangsfrist, weil das auch für die Netzbetreiber neu ist und die sind gerade dabei, ihren Standard festzulegen und gewisse Kabel müssen jetzt schon gezogen werden. Und wenn dann klar ist, okay, so und so wird es gemacht, dann kann es passieren, dass bei einem E3DC-Speicher zum Beispiel, dass der Kunde dann noch ein EO-Modul benötigt, wo dann quasi das Signal von dem Netzbetreiber aufnimmt und versteht. Und genau, also solche Kleinigkeiten kann dann noch sein, dass die noch nachgerüstet werden müssen, weil jetzt noch nicht ganz klar ist, wird es so gemacht, wird es nicht so gemacht und von daher, genau. So, wenn auf zwei Stunden am Tag das Ganze begrenzt werden kann, sprich Wärmepumpe in dem Fall, könnte ich ja eigentlich auch so ein bisschen vorbeugen, in dem Moment, wo ich viel Energie habe, ich sozusagen mein Warmwasser schon mal ein bisschen aufheizen lasse. Also ich kann mich ja da ja durchaus flexibel verhalten. Das stimmt, wobei man muss mal Folgendes sagen, und zwar so die üblichen Wärmepumpen für Häuser. Also Sohle-Maschinen brauchen sowieso, sind eigentlich immer unter den 4,2 kW, also für normale Häuser, für normale Einfamilienhäuser. Und bei den Luftmaschinen ist es so, dass die nur dann über die 4,2 kW kommen, also A, wenn ich ein Riesenhaus habe und B, wenn ich ein normales Haus habe, dann kommen die nur über die 4,2 kW, wenn der Heizstab quasi aktiviert wird. Das heißt übersetzt, eine Möglichkeit ist halt für die zwei Stunden dann den Heizstab nicht zu nutzen. Und das ist eigentlich so, dass das überhaupt nicht merkt, das merkt überhaupt keiner. Weil so ein Haus hat ja eine gewisse Trägheit und der Heizstab ist eh nur so ein Peak, wenn es jetzt ganz, ganz kalt ist und die Wärmepumpe packt es nicht mehr ganz alleine und dann muss der mal kurz angehen. Aber ob der zwei Stunden früher oder zwei Stunden später angeht, ist jetzt nicht eine Sache, wo ich unbedingt merke. Also ich würde ja jetzt ehrlich gesagt ganz gerne so sagen, wenn der Netzbetreiber meine Wärmepumpe ausschaltet, bleibt mein Haus kalt. Also A schaltet er ja die Wärmepumpe nicht aus, er sagt ja, pass mal auf, genau, 4,2 kW und aber also mit den zwei Stunden, selbst wenn er sie ausschalten würde, was er nicht macht, wird es auch in den zwei Stunden nicht kalt werden. So, jetzt hast du das Thema angesprochen, dass es dafür auch einen Benefit, einen finanziellen Benefit gibt und da gibt es zwei Varianten. Da gibt es eine pauschale Netzgeld-Entreduktion und eine prozentuale Arbeitspreisreduktion. Was ist denn da der Unterschied? Der Unterschied ist, dass das eine ist, wie es schon sagt, eine Pauschale. Ich bekomme eine Pauschale mit dem Netzbetreiber vereinbart für das Jahr, dass ich die gewisse Regelbarkeit zur Verfügung stelle oder ich mache eine prozentuale Arbeitspreisreduktion, die mich an der verbrauchten Kilowattstunde sich orientiert. Das heißt, es wird wirklich nur dann gemacht, wenn auch geregelt wird. Was würdest du empfehlen, Peter? Also für die meisten Leute ist das Erste das Beste, weil, sage ich mal, ich für das Thema extra Wärmepumpentarif brauche ich halt noch weitere Zähler. Dann habe ich wieder Grundgebühren und insofern ist es so, dass, sage ich mal, bei normalen Wärmepumpenverbräuchen das Sinn macht, dass ich einen Zähler habe. Das ist auch einfach im Zählerschrank und dann habe ich eine Pauschale, wo ich dann zurückbekomme. Das sind so jetzt Größenordnung 150 Euro im Jahr und das wird in den allermeisten Fällen das Vernünftigste sein. So, Tim hat es gerade so ein bisschen angedeutet. Ja, wir müssen mal gucken, was die wollen und so weiter und so fort. Wir haben eine gesetzliche Regelung, wo die Umsetzung im Einzelnen bei den Netzbetreibern noch gar nicht richtig klar ist und absehbar ist. Genau so ist es. Also es ist ja auch eine Übertragung von Daten, muss man sich ja auch mal vorstellen. Das ist nicht so einfach, mal in den Keller gehen, mal eine LTE-Karte da rein und sagen, okay, jetzt empfange ich mal Signale, sondern die müssen sich auch da vorbereiten. Das ist auch in Ordnung so. Es ist jetzt ein bisschen hoppladihopp. Es ist der erste, erste gewesen und es herrscht noch Uneinigkeit. Aber grundsätzlich ist das alles nicht schlimm. Wir können uns darauf vorbereiten und welches Signal da am Ende geschickt wird, wir können es verarbeiten. Muss ich denn jetzt was machen oder tritt der Netzbetreiber auf mich zu? Nee, grundsätzlich liegt das in Installateurshand. Wir sind ja diejenigen, die die Anlagen an das Netz bringen, egal ob es eine Wallbox oder ein Batteriespeicher oder eine Wärmepumpe ist. Wir sind verpflichtet, die Anlagen anzumelden. Das tun wir auch. Und wir müssen schon jetzt bei der Anmeldung diesen Paragraf 14a ja mit anhaken und entsprechend dokumentieren. Das heißt, wir müssen, die geben dann auch raus, zum Beispiel legt uns ein Kabel bis in den Zählerschrank, dann machen wir das. Und wenn es dann irgendwann soweit ist, dass die soweit sind, dann wird halt das Kabel verbunden und gut ist. Wenn es denn dann losgeht, bekomme ich dann Signal vom Netzbetreiber, Achtung, wir nehmen das jetzt in Betrieb, wir könnten das eventuell beschränken. Wird es da irgendwie eine Kommunikation zwischen mir und dem Netzbetreiber geben? Genau, das wird der Netzbetreiber dann an den Betreiber der Anlagen dann mitteilen, genau. Wie merke ich denn eigentlich, Peter, wenn bei mir ein Gerät gedrosselt ist oder der Anschluss gedrosselt ist? Also bei der Wärmepumpe, wenn wirklich nur der Heiztab wegschalten wird, merkt man das in meinen Augen gar nicht. Bei der Wallbox ist es halt so, wenn jetzt die von 11 kW auf 4,2 kW gedrosselt ist und ich jetzt insgesamt, keine Ahnung, 20 kWh, wenn ich etwas länger gefahren bin, laden möchte, dann dauert es halt anstatt zwei Stunden laden, dauert es halt vier. Und dann merke ich, dass das ein bisschen länger dauert. Oder wenn ich jetzt einen Batteriespeicher habe, wo mir die Daten angezeigt werden, dann sehe ich ja, was meine Wallbox gerade braucht. Und wenn ich dann sehe, okay, die braucht jetzt nur 4,2 kW und ich selbst habe das nicht so eingestellt, dann weiß ich, okay, sie ist jetzt von der Leistung her runtergefahren. Aber es gibt jetzt kein Signal auf irgendeine App oder sowas ähnliches, Achtung, hier ist gedrosselt. Also man bekommt die Info vorher vom Netzbetreiber, das ist mein Kenntnisstand, dass man das vorher mitgeteilt bekommt, wann geregelt wird. Und der große Vorteil des Regeln ist ja, was Peter eingangs sagte, wenn ich das erste Mal geregelt werde, weil ich werde nur geregelt, wenn es in meinem Netzgebiet auch notwendig ist. Also das ist kein, ich will mal irgendjemanden ärgern von den Netzbetreibern, sondern es ist wirklich, wenn in meinem Netzgebiet entsprechende Netzstabilität benötigt wird, wird geregelt. Und wenn das gestartet ist, das erste Mal geregelt wurde, läuft eine, ich will mal sagen, Deadline bei dem Netzbetreiber, dass er innerhalb von zwei Jahren in diesem Netzgebiet mit den Ausbauarbeiten vorangehen muss. Das heißt, wenn man es jetzt mal umdreht und wieder das Positive sieht, bitte regle mich in meinem Netzgebiet, weil dann fängt der Netzbetreiber an, in meinem Netzgebiet was zu tun. Wer ist denn eigentlich wirklich davon betroffen? Sind das nur die Einfamilienhausbesitzer oder die Doppelhaushälften oder betrifft das auch die Gewerbebetriebe? Ihr habt in einem Betrieb auch eine Wärmepumpe? Ich sage mal so, es betrifft alle Verbrauchseinrichtungen, wo hier aufgelistet sind, völlig unabhängig davon, ob das ein Gewerbetreibender ist oder ob das jetzt ein normaler Endkunde ist. Also betrifft es alle und es betrifft auch im Gewerbe die entsprechenden Wärmepumpen. Aber dann ist natürlich 4,2 kW ein bisschen wenig für einen Gewerbebetrieb. Kommt darauf an, wie gut er gedämmt ist und kommt darauf an, welche Leistung er grundsätzlich braucht. Und ich meine, wie gesagt, was der Tim gesagt hat, ist ja das Entscheidende. Das Regeln ist ja kein Dauerzustand. Dieser Paragraf dient ja dazu, sage ich mal zum einen, also früher war es ja so, der Netzbetreiber hat ja geprüft und hat gesagt, du darfst jetzt keine Wärmepumpe anschließen. Und dieser Paragraf dient ja jetzt dazu, dass grundsätzlich mal die Wärmepumpen angeschlossen werden. Das heißt, der Netzbetreiber kann da nicht mehr ablehnen. Und er dient dazu, dem Netzbetreiber diese zwei Jahre einfach mal Zeit zu lassen, quasi innerhalb von zwei Jahren dann sein Netz zu ertüchtigen. Das heißt, das ist ja quasi so eine Zwischenschrittgeschichte, dass quasi da Zeit verschafft wird, um einfach die Sachen auf Vordermann zu bringen. Das heißt, wir haben jetzt ein Paragraf, der geschaffen worden ist, weil andere Institutionen, sprich die Netzbetreiber, ihre Modernisierung und Ausbau verschlafen haben. Und über die Modernisierung und Ausbau reden wir auch schon seit wie vielen Jahrzehnten? Das stimmt. Also ob es jetzt in jedem Einzelfall so ist, dass da jemand was verschlafen hat, das will ich nicht unbedingt sagen. Das ist mit Sicherheit nicht so. Es wird auch sicher Themen geben, zum Beispiel jetzt ein Industriepark, wo dann keine Ahnung, jetzt der eine 20 Ladesäulen bauten, der andere 20. Das sind ja dann schon auch Dinge, wo dann viel zusammenkommt. Und da kann es auch sein, dass jetzt aufgrund dem Hier und Jetzt dann ein Ausbau notwendig wird. Und natürlich ist so ein Ausbau nicht so, dass ich sage Hex, Hex und dann ist es so, sondern das dauert auch Zeit. Von daher ist das jetzt nicht unvernünftig. Natürlich wird es auch Fälle geben, wo seit zehn Jahren schon klar ist, hier das Netz ist am Kapazitätsende und da ist seit zehn Jahren schon klar, da muss jetzt was gemacht werden. Die Fälle wird es natürlich auch geben. Zum Schluss noch ein Aspekt und Tim wird jetzt drei Stunden auf diese Frage antworten. Wie intelligent ist denn unser Netz jetzt eigentlich? Ist das ein Schritt Richtung intelligentes Netz? Gut, die Smart Meter Gateways brauchen wir dafür eigentlich nicht. Ist das jetzt Schritt mehr Intelligenz oder ist das einfach nur so eine Notfunktion? Also ich würde mal eins sagen, wir brauchen ja für die Energiewende eine Netzstabilität und wir brauchen auch den entsprechenden Netzausbau dahinter. Und ich würde mal fast sagen, dass wir uns damit ein Stück weit auch Zeit erkaufen, um den Netzausbau voranzutreiben. Und weil die Netzentgelte müssen auch irgendwo ein Stück weit bezahlt werden. Also sprich der Netzausbau muss bezahlt werden. Und wir werden in Zukunft enorme Steigerungen an den Netzentgelten sehen im Strompreis. Die werden einen enormen Anteil neben den Gestehungskosten des Stromes haben. Und da müssen Lösungen her und da müssen auch Sachen entwickelt werden, wie wir die Netzstabilität reinkommen. Und da gehört sowas einfach meiner Meinung nach mit dazu. Und deswegen ist das ein Stück weit ein intelligentes Netz. Und wir haben jetzt in der ganzen Diskussion auch vergessen, dass ja die PV als Erzeugungseinrichtung dem Ganzen ja entgegenwirkt. Und die ist ja eigentlich eher verbessert. Das heißt, wenn jemand selber wieder etwas tun will gegen seine Drosselung oder seinen marginalen Netzanschluss, wenn der zu wenig ist, wenn ich ein Industriebetrieb bin und da muss 20 Warboxen bauen, ja, dann baue ich mir eine PV-Anlage dazu und baue mir einen entsprechenden Speicher dazu und komme so wieder auf den grünen Zweig. Das ist alles machbar. Ja, das wundert mich bei diesem Paragraphen 14a ENWG besonders, weil wir ja eigentlich PV und Speicher haben, Peter. Und weil eigentlich PV und Speicher eigentlich Last vom Netz runternehmen und die Bürger sich zu Hause mit Energie versorgen. Deshalb wundert es mich, dass man jetzt in die Regelung rein will. Ja, ich sage mal so, aber das Thema Photovoltaik und Batteriespeicher ist ja hier in der Regelung auch mit integriert. Ich meine, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, über nicht die Direktregelung, sondern die Regelung über ein Lastmanagement. Und das heißt ja übersetzt, wenn ich eine PV-Anlage und einen Speicher habe, dann habe ich ja quasi meine 4,2 kW plus die Leistung meiner Photovoltaikanlage. Und das heißt, dann kann es ja durchaus sein, dass ich quasi in die Regelung reinkomme und dass der Netzbetreiber auch jetzt zwei Stunden drosselt, aber ich gar nichts davon merke, weil das, was mir fehlt, meine Photovoltaikanlage und meinen Batteriespeicher bringt. Auf alle Fälle könnte es aber sein, dass dieser Paragraf die Motivation zur Eigenenergieversorgung und Eigensteuerung erhöht. Auf jeden Fall. Ich meine, im Gewerbe hat es ja Tim ja gesagt, ich glaube, bei der Firma Max Solar ist es sogar im Betriebsgebäude so, dass die einen recht normalen Stromanschluss haben, haben aber trotzdem 14 Wallboxen. Und die machen es so über einen großen Batteriespeicher und über eine Photovoltaikanlage und kriegen damit trotz einem kleinen Hausanschluss trotzdem eine ordentliche Leistung hin. Eure Kunden, fragen die nach? 14a, ENWG, muss ich da was machen oder ist das dann auch gar nicht angekommen? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Also es gibt mal den einen oder anderen, der da mal was gelesen hat und dann sagt, ja, da kann man ja abschalten, aber die Aufklärungsarbeit, die wir da tun, die machen wir so wie hier auch in dem Gespräch. Und dann sind die meisten eigentlich auch recht glücklich mit der ganzen Geschichte. Wir haben eher sogar noch Kunden, die uns anrufen, die Bescheid, die sagen, ich habe ja letztes Jahr gebaut, ich würde gern mitmachen und würde auch diese pauschalen Netzentgelte mitnehmen, was ja grundsätzlich möglich ist. Letzte Frage an dich, Peter. Wir machen jetzt zunehmend Sendungen, wo wir feststellen, die Materie wird immer komplexer. Es wird immer mehr erklärbarer. Wir versuchen, die Menschen zu motivieren, Energiewende zu machen. Dann kommen wir angelatscht mit 14a, ENWG, das, dies und so weiter und so fort. Und ich will jetzt nicht wieder sagen, der Strom kommt aus der Steckdose, aber das waren dann schon einfache Zeiten. Ja, die waren ja noch nie einfach, weil die Sache ist ja die. Die ganze Zeit, wenn jemand einen Wärmepombentarifzähler hatte, gab es das ja schon. Das heißt, das ist ein alter Hut und das war vor 20 Jahren schon so. Und da hat sich aber keiner drum gekümmert, weil diese Abschaltzeiten, das ist gar nicht so das Thema. Und hier ist es ja ähnlich. Das ist ja mehr so ein formales Ding, wo ja richtig konkret zu Hause gar keiner was mitkriegt. Du hast gerade so schön genickt. Da ich bei Peter nicht in der Zustimmung fündig geworden bin, siehst du Peter, gehe ich gleich weiter zu Tim. Die Komplexität finde ich trotzdem wachsend. Wir haben eine Sendung gemacht. Flexibilität ist alles. Die Kunden mit ihren Photovoltaikanlagen und Stromspeichern gehen jetzt an die Börse, kaufen, verkaufen Strom. Wir machen Bidirektionalität. Wir holen Strom ins Haus wieder hinein. Jetzt kommt Paragraf 14a INWG. Es wird schon immer komplexer, was ich wissen muss, wenn ich mich damit beschäftige. Es ist irre. Also wir müssen auch aufpassen, dass wir den Kunden nicht überfrachten. Weil wenn wir heute in ein Beratungsgespräch gehen, dann könnten wir zwei, drei, vier Stunden einfach nur reden und irgendwelche Sachen. Dynamische Strompreise und bidirektionales Laden, was jetzt kommt. Und das ist ja alles irre. Und auch da wird es wieder neue Regularien geben, weil wir sind immer ja einen Schritt schneller in der Branche, was ja grundsätzlich gut und wichtig ist. Aber die Gesetze und die Regularien werden nachziehen und die machen es immer wieder kompliziert. Und vor allen Dingen machen sie es dem Kunden schwer verständlich. Aber wenn er die Vision und die Zukunft erkennt, wo es hingeht, dann macht er den ersten richtigen Schritt und beginnt mit einer PV-Anlage und einer Wärmepumpe und wird für alles gewappnet sein. Wichtig ist, wir sagen wie immer, wenn wir einmal beim Kunden in der Tür drin sind, der wird uns nicht wieder los. Weil wir werden erst, was der Speicher danach gekommen ist, es kommt die Wärmepumpe nach, dann kommt die Wallbox nach, dann kommt der dynamische Stromtarif nach, es kommt das bidirektionale Laden. Es werden immer wieder neue Sachen sein, mit denen der Kunde den nächsten Schritt macht. Und dafür ist es wichtig, auf die richtigen Komponenten zu setzen, die auch zukunftsoffen sind und auf die Partner, die lange am Markt sind und diesen Weg mit begleiten können. Weil wir brauchen auch eine Rechtsabteilung an der Hand, die das immer wieder prüft und gegencheckt. Und das als einfacher Elektriker, ohne das jetzt abwertend zu meinen, ist das fast nicht machbar, auf diesem Wissensstand zu bleiben. Wenn Sie es bis hier in der Sendung geschafft haben, dann sind Sie auf dem richtigen Weg. Dann informieren Sie sich und das ist auch ein großer Teil der Arbeit des Verbandes Energieerzeugende Gebäude. Wir wollen nicht nur politische Themen machen, wir machen auch Service-Themen wie heute. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Wir versuchen zu sagen, was ist der ganze Trend? Und wenn Sie regelmäßig bei unseren Sendungen dabei sind, dann sind Sie auf alle Fälle immer gut informiert auf der Spur. Und jetzt wundert sich Peter und sagt, Mensch, jetzt macht er noch Eigenwerbung für den Verband Energieerzeugende Gebäude. All das machen wir. Danke Tim, danke Peter. Und es bleibt dabei, wir sind die Energiewende. Das war eine Sendung des Verbandes Energieerzeugende Gebäude. Untertitelung des ZDF für funk, 2017